So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Lucky Ways auf der Map Pokémon. Und los geht's. Gibt's hier Blöcke? Oh ja. Ich wollte gerade sagen, gibt's nicht am Anfang auch irgendwo Blöcke? Äh, fliegt nicht, okay. Da ist TNT drin, okay. Und ne Dirbrust. Nice. Eine Lucky Chestpad. Ich glaube, die hat sogar Schärfe X gehabt, ne? Oder wie war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr, schon zu lange her. Wie können Spieler sterben? Okay. Irgendwas stimmt hier nicht. Ist das nicht der Rennmodus? Können wir noch gar nicht sterben. Oh, nice. Ein paar Potions. Äh, wo war hier der Checkpoint? Gab's hier kein Checkpoint? Da vorne ist einer. Nuke. Keine Ahnung, wie gut die ist. Da ist ein Pferdereiter. Blitz in der Flasche. Ein paar Schuhe. Verschwindet, du doofer Reiter. Ich gehst mal auf Eier. Alter, coole Rüstung. Direkt am Anfang. Ich hab keine Ahnung, was die Mobs hier überhaupt bringen, wenn die einen nicht mal treffen können und keinen Drop haben. Also ist das ein bisschen lächerlich, ne? Aber egal. Epp, epp. Oh, was auch immer das waren? Erfahrungspunkte? Scheinen Erfahrungspunkte gewesen zu sein. Oh, geil. Kühe, 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 Kühe. Die bringen mir nämlich Goldäpfel. Und Goldäpfel sind sehr gut. Hallo Mini-Wendy. Du gehst mir auf Eier. Ja, jetzt schon. Stirb. Danke. Das ist ein Schneemann, der nichts macht, außer mit Schneebellen werfen. Das ist auch wurscht. Hier sehe ich sonst keinen Dings. Der Danger-Miner ist ganz schön am Durchrindern. Okay, zweiter Checkpoint. Hä? Bin ich hier auch beim zweiten? Ich hab doch auch schon zwei. Was ist hier los? Oh. Fuck. Ich hab das nicht so ganz verstanden bis jetzt, aber ich weiß auch nicht, warum die Leute alle sterben. Ich mein, wenn ich runterfalle, steht da nicht, ist gestorben, oder? Stand das hier grad? Ich glaube nicht. Wie schaffen die Leute das? Oder stehen die in TNT drin? Wissen sie ja schon. Und verliert man dann Leben fürs Endgame? Hoffentlich. Oh, diese Glasdinger mit nur halben Block frei, ne? Halt die Fresse. So. Epp. Oder Viertelblock frei ist es ja sogar nur. Ein witziger Sprung. Ha, 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 ha. So. 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 Nepp. Oh, da wär ich fast runtergefallen, weil ich dachte, dass ich alle auf einmal nehmen kann, was ich auch konnte, aber das wär fast in die Hose gegangen. So. Wir sind auf jeden Fall mal bei Checkpoint 2 jetzt auch auf der Liste. Das ist nett. Dann holen wir uns mal ganz schnell hier die Items. Das war ganz viel Scheiße. Oh, ein Goldblock brauche ich nicht. Creeper. Oh, eine Feuerblume. Feuerblumen sind gut. Denn damit kann man die Gegner anzünden, die man anzündet. Äh, schlägt. Äh, ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht, was ich meine. Alles ist gut. Oder andersrum. So, wir sind auf jeden Fall mit ganz vorne. Ey, alter. Warum kannst du plötzlich kämpfen? Und deine Pfeil- und Bogenfreunde machen mir nichts. Äh, das war ein extraherz. Cool. Das ist schon wieder so ein Reiter. Da hab ich grad versucht, die Druckplatte abzubauen. Nochmal 25 Coins. 25 Coins. Bisschen Eisenrüstung. Alles nicht so das Wahre. Weiter geht's. Hepp, hepp, hepp. Ist er jetzt bei Checkpoint 5, ist der Kollege. Da kommen wir aber auch gleich hin, denke ich mal. Wir sind echt gut gerade unterwegs. Oh, wenn ich bei Checkpoint 5 ankomme, kommt er bei 6 an. Ist klar. Harming Potions. Ein Verzauberungsbuch, was mir nichts bringt, weil ich kein Amboss habe. Amboss heißt das Gerät, was ich meine. Ja, ja. Ja, 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 ja. Zack. Wir beeilen uns mal. Äh, was war das? Ich weiß nicht, was das war. Aber irgendwas war das. Das hat mich gerade rumgerissen. So. Ich hoffe, dass die extra Herzen inzwischen so repariert sind, und dass man die auch behält, wenn man geportet wird. Und dass die nicht mehr weg sind nach Ende der Runde. Weil das war mal eine ganze Zeit so. Und das war ein bisschen nervig. Geh weg. Schneebälle. Die kann ich auch gleich wegwerfen. Hepp. Hepp, hepp. Das ist alles gar nicht so schwer. Ich weiß gar nicht, warum die Leute alle... Entweder bin ich gerade richtig schnell unterwegs. Oh, der Yale-Schnecke ist bei... Jail-Schnecke. Also Gefängniss-Schnecke. Ah, ja, ist klar. Ich sollte mir vorher den Namen durchlesen, bevor ich ihn ausspreche. Weil sonst kommt da nur Scheiße bei rum. Ist beim selben Checkpoint wie ich auf jeden Fall, wollte ich gesagt haben. Und da waren irgendwie nur zwei von den Blöcken. Und zack, wir sind bei Checkpoint 9. Oh, ein Pfeil. Pfeil und Bogen. Geh weg. Zack, 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 zack. Oh, das war gar nicht gut. Ich gucke mal eben, ob ich noch einen Block sehe. Ne. Ich hatte jetzt gehofft, dass ich vielleicht unten auf dem Glomander einen Block übersehen hätte. Jetzt ein bisschen Konzentration, weil die Gefängniss-Schnecke ist mich schon wieder am einholen. Ja, ich wurde zurückgebugt. Wow. Wow, Spiel. Danke. Wow. So eine Scheiße. Das ist hier dieses Anti-Hack-Zeugs. Das buggt auf allen Servern rum. Das ist bei GOMHD noch ein bisschen schlimmer als hier. Das war jetzt hier das erste Mal, dass ich das festgestellt habe, dass ich zurückgebugt werde. Bei GOMHD hat man das ständig. Vor allem in Aura ist das sehr, sehr störend, wenn man versucht, einen Gegner wegzuschlagen, der da einfach zurückgebugt wird. Oh, ich laufe einfach geradeaus runter. Protection 1, Protection 1. Ich habe leider keinen Amboss. Ich hätte gerne einen Amboss. Ach, hier ist das Ende sogar. Okay. Das heißt, wir machen hier eben die Blöcke noch auf. Oh. Kommen wir da her. Das war fast mein Tod. Das ist nur ein Feuerzeug. Und ein Stick. So, wir werfen eben ein bisschen Scheiße weg. Das ist der Trollstick. Den behalten wir auf jeden Fall. Nukleare Zerstörung ist gut. Workbench brauche ich nicht. Eisenrüstung. Da hätte ich den Helm gebrauchen können. Da habe ich aber noch einen. Die können weg. Ich habe leider keinen. Amboss. TNT-Bogen. Und ein Pfeil. Feueraspekt. Blume. Blitz in der Flasche. Invisibility. Unsichtbarkeit. Hilft mir aber nichts. Das ist ja nur... Oh. Toll. Äh. Habe ich jetzt mit Absicht verschwendet. Das ist ja nicht wundert. Gesegneter Trank bringt mir Speed. Und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. Ups. Das war gar nichts. Ich muss gerade mal ein bisschen besser spielen. Aua. Ich habe keine Pfeile mehr. Das ist nicht so gut. Na komm. Alter. Na mein Kill. Haha. Aua. Aua. Hallo Pro. Der hat zwei Potions verworfen. Habe ich gedacht. Aber vielleicht auch nicht. Hä. Aua. Aua. Oh. Das war nicht so schlau. Ich treffe euch auch. Genauso gut. Nice. Mein Kill. Und mein Kill. Uh. Uh. Oh. Hallo. Oh. Es leckt. Das ist nicht so schön, wenn es leckt. Ich sollte nicht unbedingt auf die Blumen bestehen. Das bringt mich jedes Mal um gerade. Auf die Blumen und auf den Dings. Äh. Die machen den mal eben da hin. Och Mann ey. Ich spiele gerade richtig schlecht. Hä. Och Mann. Stirb doch einfach. Der hatte noch ein Herz. Ich fasse es nicht. Der nicht stirbt. Ich hätte ihn nochmal mit Feuer schlagen sollen. Weil dann wäre er verbrannt. Und der Server laggt halt sehr, sehr stark. Aua. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Das ist nämlich mein letztes Leben. Na komm. Kriege ich dich noch? Ich bin tot. Er hatte wieder nur ein Herz. Mann. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Das ist leer Schub. Wir gucken mal, ob wir noch eine zweite Runde kriegen. Hm. Teams ist auch nicht so meins. Ich würde sagen, wir gehen da nochmal rein. Und ich setze einen Cut. So. Es geht wieder los auf der Map. Toys. Es backt. Das ist nicht so schön. Hey. Spiel. Please. Please hör auf zu backen. Ähm. Normalerweise hätte ich nach der ersten Runde wahrscheinlich aufgehört zu spielen. Aber. Äh. Ach Quatsch. Emerald Block bringt mir gar nichts. Hier gibt es keine Emerald Waffen, soweit ich weiß. Ah. Scheiße. Äh. Äh. Im Normalfall hätte ich nach der ersten Runde aufgehört zu spielen. Aber. Da ich. Jetzt drei Tage oder so nichts aufgenommen habe. Und gerade richtig gut spiele. Äh. Äh. Habe ich mir gedacht. Ist egal. Komm. Machst du halt. Äp. Noch eine Runde hinten dran. Sonst. Hätte ich wahrscheinlich nach der ersten wirklich. Schon beendet. Was mir fehlt. Bei diesem Spielmodus ist irgendwie ein Amboss, den man direkt kriegt. Oder sowas. Oder von einfach an direkt ein Amboss. Irgendwie sowas. Ach. Da ist eine Leiter dran. Puh. Also diese Map ist um einiges schwerer fällt mir gerade auf, als die, die ich eben gerade hatte. Schon direkt am Anfang. Was schon mal ein gutes Zeichen ist. Aber es sind trotzdem schon Leute bei 5. Ach Mann ey. Solche Leute. Ich hasse die. Der spielt ja nur darauf durchzurennen. Der versucht nicht mal die Blöcke abzubauen. Solche Leute sind halt unterste Schublade. Muss ich wirklich sagen. Muss ich wirklich sagen. Die machen keinen Spaß. Ich kann nur hoffen, das meiste noch zu kriegen. Bevor der das Ziel erreicht. Bevor der das Ziel erreicht. Weil das gleich soweit ist. Und ich habe Gott sei Dank ein gutes Schwert. Richtiger Asi muss ich sagen. Scrappy ist gestorben. Ach das ist der, der da durchgeflogen ist. Hm. Wenn der Mann nicht ein wegen Hacking erwischt wurde, wa? Ich denke mal schon. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der jetzt gerade gebannt wurde. Weil der halt raus ist aus der Liste. Und schon wieder zwei. Die liefen alle. Die sind gerade gelieft, die Kumpels. Oh. Ne, ne, ne. Zack. Wir holen uns mal ganz in Ruhe hier die Sachen. Auch wenn da schon wieder jemand bei acht ist. Ist jetzt egal. Oh. Scharpenes Schwert. Das ist sehr gut. Das war eben gerade auch, glaube ich, mein größtes Problem. Dass ich keine gute Waffe hatte. Außer mein Trollstick. Und die Feuerblume. Und die habe ich ganz schön verkackt beim Schlagen. Oh. Ja, danke. Wow. Was ist das denn für ein komischer Drop? Richtig unfair. Kommst du runter? Tschüss. Meine Güte, wie unfair. So, da ist der nächste Spieler bei zehn. Ich bin jetzt bei sechs. Alter, ist das euer Ernst? Gut, dass hier oben ein Checkpoint ist. Huh. So, wir gehen nochmal auf den nächsten. Ich weiß auch nicht, wie viele Checkpoints es hier gibt, muss ich ehrlich sagen. Auf dieser Map. Achso, es sind unsichtbare. Okay. Aber. Oh, meine Güte, Spiel. Solche Gegner brauchst du mir hier nicht ansetzen. Ich will doch den Diablock haben. Er hat das Ziel erreicht. Ihr könnt tot. Wir holen jetzt nochmal eben schnell den Block. Machen uns eine Diahose. Diahelm. Diahschuhe. Schaden ist vier. Oh. Ich glaube, das ist besser als mein Diahschwert. Ich bin mir nicht sicher, muss ich ehrlich sagen. Fang dich mal auf zwei. Speedtrank haben wir. Und den. Unberechenbaren Trank. Und wir sind echt am Arsch. Egal. YOLO. Ich kriege euch. Ich kriege dich. Chill Out nennt er sich. Okay. Ich Chill Out. Aua. Hey. Lass mich ihn töten. Aua. Der hat sich aber sehr, sehr schnell umgedreht. Also irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich glaube nicht, dass der Legit spielt. Hm. Wie kommt das denn, weil das ich das glaube? Ich puste dich. Hau mal. Alter, ist meine Brust so wach? Oder was ist das für ein Scheiß? Ich glaube ja. Töte doch nicht mich. Ich will doch diesen I Chill Out töten. Oh nice. Ich habe ihn getötet sogar. Hö. Es laggt. Wieder mal. Das ist immer das Beste. Auf diesem Server. Fucking Server, Alter. Ich fasse es nicht. Ich nehme ein Schwert. Mir reicht es jetzt. Oh, da habe ich eine Mail gekriegt. Ich brenne mal wieder. Ich hasse dieses Spiel. Okay, ich verliere. Ich bin tot. Also irgendwas hat hier nicht gestimmt, diese Runde. Und ich würde gerne nicht in den Gegner. Danke, Spiel. Hm. Der Server hat geleckt. Und irgendwas hat bei dem einen Gegner nicht gestimmt. Also, hm. Hm. Und ich glaube, die Rüstung war nicht die schlauste Art, äh, zu kämpfen. Also, hm. Ich glaube, das nächste Mal ziehe ich die lieber an. Weil die hatte, glaube ich, auch Protection 4 oder sowas, ne? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen, was die hatte. Egal. Egal. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.